Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Vorfreude ist aber in den Ferien etwas vom Aufregendsten. Die Ferienberater von Popularis laden Sie darum ein, frühzeitig an die Planung der Ferien zu denken und freut sich, Ihnen die neuen Programme vorzustellen. Als Toskana-Spezialist kann Ihnen Popularis eine ganze Reihe von ausgewählten Ferienmöglichkeiten anbieten. Zum Beispiel das neue und exklusive Feriendorf Rocca Mare, wo Sie sich mitten in einem pflegten Pinienwald, im komfortablen Bungalow oder im Hotel erholen können. Eine Pionierleistung von Popularis sind übrigens die wöchentlichen Flugverbindungen mit den Grossair, die Sie noch schneller und direkt in Toskana bringen. Eine weitere Spezialität von Popularis sind die beliebten Flugreisen zu den schönsten Stränden rund ums Mittelmeer. Der absolute Hit aber bei den Badeferien in Ibiza, Gran Canaria, Kreta, Tunesien usw. ist sicher der Mässigung von 50% auf dem Arrangement für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren. Und zwar generell und nicht nur, wenn Kinder im Zimmer der Eltern wohnen. Popularis führt auch immer wieder Reisen durch zu den bekannten Sehenswürdigkeiten dieser Welt, wie zum Beispiel nach Australien. Zeigt Ihnen die faszinierenden Landschaften und Städte von Skandinavien, orientiert Sie über die schwimmenden Hotels auf den grossen Flüssen und über die unbegrenzten Möglichkeiten, die Ihnen eine Kreuzfahrt auf allen Weltmeeren bietet. Popularis bietet Ihnen aber auch immer wieder sehr günstige Reisen an, wie zum Beispiel die 15-tägige Reise nach Mexiko, Yucatan und Florida. Es werden nur acht von diesen Reisen durchgeführt und der erste Abflug findet am 4. Mai statt. Buchungsmöglichkeiten haben Sie überall dort, wo ein populäres Reisebüro ist. Neben den schönen Erinnerungen bringt man von einer Reise meistens einen grossen Berg Wäsch mit heim. Abhilfe schafft ein neues Wäschmittel, das es bei Gobi jetzt in einer kleinen, handlichen Packung, aber mit viel mehr Wäschkraft gibt. Das neue Teddymat Konzentrat wäscht bei allen Temperaturen gründlich sauber und zeigt sogar bei hartnäckigen Flecken seine hervorragende Leistung. Stricken ist nach wie vor in und mit Selbergliessmetem liegen Sie weiterhin voll im Modetrend. Coop offeriert Ihnen wieder die strapazierfähige Arcana Fit Strickwolle und die pflegeleichte Arcana Parla Strickgarn in vielen aktuellen Farben und besonders günstig. Und wenn Sie jetzt noch nicht wissen, auf was Sie morgen Lust haben zum Essen, gibt Ihnen die Studioküche vielleicht die richtige Idee. Frischer Lauch mit seinem würzigen Geschmack und der reichhaltigen Vitamine und Mineralstoff ist nicht nur gesund, sondern auch sehr beliebt für verschiedene Gerichte. Er eignet sich besonders gut zu einem Saucisson vaudois. Den grüsten Lauch in grobe Stücke schneiden und im heissen Anken adämpfen. Würzen, mit Weisswein und Wasser ablöschen und dann etwa 15 Minuten kochen lassen. Dann kommt eine Saucisson drauf, eine grosse oder zwei kleinere. Und weitere 40 Minuten kochen lassen. In dieser Zeit Herdtöpfel rüsten und Würfel schneiden und zum Lauch und der Wurst geben. Dann fertig kochen und den Lauch und Herdtöpfel in eine vorgewärmte Platte anrichten und mit einer Wurstrede garnieren. Das genaue Rezept können Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche nachlesen. Einen guten. Ich darf mich jetzt noch von Ihnen verabschieden und Sie noch auf die Aktionsangebote aufmerksam machen, die Sie gerade anschliessen werden sehen. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Blumenabteilungen finden Sie den schöne Tulpenstrauss für nur 3,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 11 Vollwäschmittel in den Grosspackungen 3,50 Fr. günstiger. Z.B. Tedymat-Konzentrat statt 15,50 nur 12 Fr. 1 Kilo USA Parboiled Vitamin-Reis statt 2 Fr. nur 1,60. 1 Kilo Vialone-Reis statt 1,80 nur 1,40. 2 Kalbsbrotwürste Wackverpackt statt 2,80 nur 2,30. 2 Kalbsbrotwürste Light statt 3,20 nur 2,70. 100 Gramm Tilsiter 1 A Vollfett oder pasteurisiert nur 1,25. 2 Flaschen Wiff Super oder Citroen statt 7,20 nur 4,95. Und nur morgen übermorgen und am Samstag die Arroca Orange das Netz an 2 Kilo für nur 3,20. Und das ist noch die Superreise von Popularis. Mexiko, Yucatan und Florida 15 Tage ab nur 2,680 Fr. Auf Wiedersehen!